Heute ist es soweit die Jungs, ihr habt es euch gewünscht, der Messi First Owner Squad Builder, mein allererstes Team für die erste Weekend League FIFA 19 Hype ist da. Aber es ist noch nicht komplett vollständig, denn ihr habt heute die Wahl mein Team noch zu verstärken. Ich habe noch so ungefähr 600.000 bis 1.000.000 Coins zur Verfügung. Ballert auf jeden Fall heute euren Vorschlag noch rein, wie wir das Team noch fresher und noch stärker machen können. Und dann würde ich sagen, freut euch auf ein geiles Video. Let's go! Ihr braucht günstige Coins, PSN Cuts oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall MMOGA ab und benutzt den 8% Discount Code REALFIFA, um ordentlich zu sparen. Was geht mir nur Freunde und herzlich willkommen zu unserem allerersten FIFA 19 Squad Builder für Foot Champions für die Weekend League, denn die startet ja in gut einer Woche. Heißt, wir werden heute natürlich auch noch einmal Division Rivals zocken. Ich zeige euch mein aktuelles Team, aber das Ganze kann sich noch ein bisschen ändern mit euren Vorschlägen, denn ihr könnt jetzt hier noch mein Team natürlich verbessern. Schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich habe ungefähr 600.000 bis 1.000.000 Coins noch zur Verfügung. Und solltet ihr mit irgendwelchen Spielern noch nicht so ganz einverstanden sein, dann schreibt auf jeden Fall mal rein, was ihr besser machen würdet. Schreibt gerne auch euer Team bisher rein. Aber ich wäre auf jeden Fall erstmal für eure Wünsche und natürlich auch Verbesserungen offen. Aber ihr werdet ja gleich sehen, was wir so für ein Team haben. 600 bis 1.000.000 Coins haben wir dann noch zur Verfügung. In den kommenden Tagen morgen gibt es auch Squad Builds Rewards wahrscheinlich. Deswegen wird da hoffentlich dann vielleicht auch noch was Geiles kommen. Wir werden es sehen. Lass dein Like da für mehr solcher Squad Builder. Abonniert diesen Kanal kostenlos und natürlich die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, heute geht es los mit Messi. First Owner, Jungs. Ja, tatsächlich. Ja, wir haben ihn gezogen. Ich glaube es nicht. Aber ich muss es ja nicht jedes Mal sagen. Wir werden heute natürlich ein Team um ihn machen. Wer noch günstiger PSN-Cuts oder Xbox Live-Cuts war auch, kann auch gerne mal bei MMOGH unten in der Beschreibung vorbeischauen. Da werdet ihr mich auch supporten. Und jetzt geht es endlich mal los. Also, ich rede nicht mehr viel um den heißen Brei. Wir starten direkt mit dem Torwart. Und das ist natürlich der Belgier Thibaut Kurzwarf, Freunde. 90 rated. Muss dazu sagen, es ist mit der beste Keeper in diesem Game. Ja, also, hab schon sehr viele Spiele mit ihm gemacht. Ihr seht es jetzt hier. 38 und war wirklich bisher immer zufrieden mit ihm. Der hat wirklich keine Faxen gemacht. Und kostet jetzt auch, glaube ich, schon sogar ein bisschen mehr. Also, wir starten mit dem guten alten Thibaut von Real Madrid. Guter Grund, die Verteidiger jetzt weiterzumachen. Oder das ist ein guter Grund, warum er spielt. Um die Verteidigung natürlich jetzt hier erstmal an den Start zu bringen. Und da haben wir, wer soll es anderes sein? In unseren First-Donner Sergio Ramos. Wer die Pack-Openings verpasst hat, hat auf jeden Fall einiges verpasst. Ja, wir haben Sergio Ramos gezogen. Heißt, natürlich spielen wir dann auch mit Ramos. Einfach eine absolute Macht. Und immer noch der beste Verteidiger in diesem Spiel. Da wird, denke ich mir, auch jeder zustimmen. Und um das Ganze dann noch besser zu machen, man braucht eigentlich gar keine Icon hier in der Verteidigung. Weil wir einfach wirklich zwei absolute Monster haben. Und zwar ist der zweite Innenverteidiger, Raphael Varan. Mit unglaublichem 84 Tempo, 86 Defending und 80 Physis. Haben wir auch schon wirklich viel gespielt. Für 60.000 Coins geholt. Guck mal, wie teuer der jetzt aktuell ist. Der kostet jetzt einfach 170.000 Coins. Also 100.000 Coins, easy mal plus gemacht. Wir behalten ihn erstmal. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwie Verbesserung. Und dann behalten wir ihn vielleicht nicht. Aber das ist natürlich hier dieses Real Madrid Dreieck. Was schon wirklich gewaltig aussieht. Jetzt müssen wir auf der Linksverteidiger-Position das Ganze weitermachen mit einem Spanier. Und zwar Jordi Alba. Ja, Barcelona, Linksverteidiger. 87 rated, nicht Marcelo. Grund dafür ist eigentlich nur, dass Jordi Alba mir immer in den letzten Jahren gut gefallen hat. Und mit ihm habe ich die Top 100 geholt. Öfters. Und auch das allererste Mal. Deswegen Jordi Alba. Mit dem Fall bin ich auf jeden Fall immer Positives. Und ist halt auch einer der besten Linksverteidiger. Passt hier natürlich optimal rein. Jetzt müssen wir die Verteidigung noch abschließen. Und da gibt es eine Once-to-Watch-Card. Die ihr vielleicht auch schon in meinem Pack-Opening gesehen habt. Denn die haben wir direkt gekauft, weil ich Frust hatte, dass wir keinen gezogen haben. Cancelo, ja, Portugiese, Juventus Turin für 103k haben wir den gekauft. Und der ist ja eigentlich mit 1,82 und so immer richtig gut dabei für einen Außenverteidiger. Hat sogar noch 4 Sterne-Skills. Warf-Stats würde ich dazu sagen. Ja, und hat sogar noch 68 Schuss für einen Außenverteidiger. Da geht es wirklich schlechter. Und ja, ist natürlich jetzt auch hier sogar ein bisschen gestiegen. Warum auch immer, haben wir da für 103.000 den relativ billig bekommen. Und ich finde, dieses Design sieht einfach mal wirklich heftig aus, Jungs. Das sieht wirklich gut aus. Jetzt machen wir weiter mit dem ZDM. Das ist vielleicht so eine... Oder das sind vielleicht jetzt hier zwei auf der Position, die vielleicht noch weggehen werden. Da könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr vielleicht mit denen spielen würdet oder doch was anderes euch da wünschen würdet. Ja, es ist einmal, natürlich habt ihr ihn schon gesehen, Kondogbia und auch Blaise Matuidi. Beide Franzosen. Kondogbia ist wirklich ein richtig geiler. Und ich finde ihn sogar fast noch stärker als Matuidi, wenn ich ehrlich bin. Also hört sich vielleicht jetzt dumm an, aber es ist tatsächlich so, dass ich vielleicht sogar den sogar noch besser finde. Er hat halt 30.000 Coins gekostet und Matuidi 50.000 Coins. Sind beides starke Sechser, aber das geht vielleicht noch besser. Wenn ihr da irgendwie eine Idee habt oder irgendwelche Ideen, wie gesagt 600 bis 1 Million Coins haben wir noch, dann haut das gerne mal in die Kommentare. Eine Icon oder so, auf jeden Fall könnt ihr da mal was reinschreiben. So, das sind unsere beiden Sechser. Ist okay, für den Start kann man da nicht meckern. Jetzt kommen wir zum ZOM. Und ihr wisst natürlich, wer jetzt hier spielt. Aber ich dachte, Jungs, der ist gar nicht in meinem Pack gewesen, Freunde. Ich muss natürlich immer ein bisschen provozieren. Ihr wisst Bescheid für die Leute, die es einfach nicht gönnen, Jungs. Deswegen, also es ist jetzt hier kein Front an die Leute, die mir gönnen. Aber Jungs, ich dachte, ich habe ihn gar nicht gezogen. First Owner, ich glaube, ich habe nur 48 Spiele mit dem Erstbesitzer Messi gespielt. Ihr wisst Bescheid. Na ja, Freunde, Messi ist am Start safe. First Owner wird auch Weekend League, direkt die ersten Weekend Leagues mit uns dann gemeinsam spielen. Den werden wir erstmal nicht verkaufen. Habt ihr euch ja auch gewünscht, oder der größte Teil. Und vielleicht in einem Monat oder so wird er dann vertickt oder so. Werden wir mal schauen. Aber erstmal wollen wir natürlich mit ihm spielen. Ich meine, das ist dann auch Beweis genug, denke ich, dass wir den wirklich gezogen haben. So, zweiter ZOM, Freunde. Zweiter ZOM ist auch ein Argentinier. Und er spielt bei Juventus Turin, Freunde. Ihr könnt euch schon vorstellen, wer das ist. Natürlich, Paolo Dybala, Jungs. Paolo Dybala, 89 rated. Es gibt ein kleines Manko hier in dem Team, aber das werdet ihr gleich erfahren. Neun Spiele gespielt, fünf Tore, sechs Torverlagen. Auf jeden Fall stabile Stats, würde ich sagen. Dafür, dass Messi halt einfach wirklich alles carriert. Na ja, 72 Tore, 27 Vorlagen, muss ich auch wirklich sagen. Messi ist eine Empfehlung. Ja, das ist wirklich, der auf der 10 ist wirklich krass. Ist anders, Jungs. Der hat so einen guten Schuss. Die normale Karte ist nochmal weitaus besser als die normale im letzten Jahr. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Stürmern. Und Paolo Dybala könnte man theoretisch auch noch verkaufen. Dann hätten wir vielleicht sogar noch 1,2 Millionen Coins zur Verfügung für die erste Weekend League. Aber das könnt ihr ja einfach mal in die Kommentare schreiben. Jetzt haben wir im Sturm einmal Antoine Griezmann, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich finde Antoine Griezmann doch ein bisschen stärker als Paolo Dybala. Und das zeigen auch seine Stats. Jetzt 18 Spiele gespielt, 15 Tore und 21 Torverlangen. Richtig geil. Und no homo natürlich. Das ist auf jeden Fall heftig. Und jetzt schließen wir das Ganze natürlich auch noch ab hier mit dem Mainman, mit dem Mainman, Cristiano Ronaldo. Freunde, Messi und Ronaldo im Squad. Der Max, der geht gleich wieder direkt durch. Ja, Ronaldo haben wir uns für 1,7 Millionen gekauft. Und ich muss sagen, irgendwie ist er bisher noch nicht so bei mir aufgefallen. Ich fand da sogar einen Griezmann stärker. Hört sich vielleicht jetzt blöd an. Aber vom Ding her könnte ich auch Ronaldo verkaufen. Dann hätten wir 2,7 Millionen. Und davon könnte man dann auf jeden Fall Cruyff, Eusebio, Ronaldo R9 kaufen. Also weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon, dass es euch überlassen. Ihr könnt wirklich alles jetzt entscheiden. Verbesserung in die Kommentare. Und klar, Ronaldo ist halt wirklich Ronaldo. Ich muss mich wahrscheinlich einfach erstmal mit ihm einspielen. Aber ich fand sogar Griezmann und Messi besser. Aber das liegt wahrscheinlich auch immer am Spielertyp. Und FIFA 19 ist doch schon mal nochmal ein bisschen anders. Vor allem die Finesse-Schüsse sind übelst okay. Und ja, so sieht das Ganze aus. Wird wahrscheinlich dann noch ein bisschen verbessert durch eure Vorschläge vor allem. Wenn euch das bis jetzt gefallen hat und ihr das Team feiert, könnt ihr auf jeden Fall gerne ein Like da lassen für mehr Squad-Bilder. Ich kann auch mal wieder Cheap-Squad-Bilder oder so raushauen. Wenn ihr das euch wünscht, dann machen wir das gerne. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr jetzt hier irgendwie den einen oder anderen Tipp noch raushaut. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt schon fest 600.000 Coins. Und ich denke in den nächsten Tagen wird das Ganze noch auf eine Million kommen oder so. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Mit den ganzen Rewards, SBCs und so weiter. Deshalb, ja, ballert da gerne mal was raus hier. Auf der 6 vielleicht ein bisschen was zu verbessern. Oder doch Ronaldo weg. Und dann irgendwie, die Baller könnten wir auch weghauen. Und dann irgendwas richtig krasses oder so. Keine Ahnung. Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Und ja, das einzige Manko, wollte ich ja noch sagen, an dem Team ist, es sind viele Linksfüßler. Füßler, Füßler am Start. Heißt, Griezmann ist Linksfuß. Die Baller ist Linksfuß. Messi ist Linksfuß. Ich werde erstmal in der 4-2-2-2 spielen. Messi dann aber auf rechts packen, weil er halt 4 Sterne Weakfoot hat. Und ja, die Baller und Griezmann leider nur 3 Sterne Weakfoot. Das ist das kleine Manko. Wir hätten jetzt hier am besten vielleicht noch einen Rechtsfuß drin gehabt. Dann wäre das vielleicht noch optimaler. Aber ja gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Sag ich jetzt ganz ehrlich. Wir kommen jetzt erstmal zum Spiel. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Und wir haben glaube ich alle 4 Spiele bisher in Division Rivals gewonnen. Müssen das letzte jetzt noch spielen. Und dann werden wir glaube ich eingerankt. Also, let's go. Let's fucking go. Ihr seht es hier. Division Rivals. 4 Siege haben wir. Auf der Bank habe ich natürlich auch noch Lukas und Mertens. Weil Mertens ist ja auch First Owner. Und Lukas kann auch immer mal rein. Ja, geht los. Ich hoffe, wir gewinnen das Ding. Mal schauen, was der Gegner für ein Team hat. Das Ganze wird natürlich jetzt entscheiden, in welchem oder auf welchem Rang wir kommen. Oha. Er hat Kondogbia als CL-Karte. Promess, OTW, Benjeda und auch noch eigentlich wirklich ein starkes Team. Varane, Vahy und Kutuan, Tor und Lukas. Das wird ein spannendes Game. Boah, starke Machor di Alba auf Messi. Und der Ball geht nicht ins Tor, weil es abseits war. Aber ich merke schon, das wird ein schwieriges Spiel. Guter Gegner. Hä? Äh, was war das denn jetzt? Elfmeter? Äh, okay, Jungs. Ich habe jetzt gerade gar nichts gecheckt. Aber das war doch kein Elber. Okay, alles klar. Und er schießt übers Tor. Ich weiß jetzt nicht. Gut, als ob er das... Ich weiß nicht, hat er das mit Absicht gemacht? Ich glaube jetzt nicht. Aber war auch auf jeden Fall kein Elber. Aber gut. Ähm, hat er einfach verschossen. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat. Aber gut für uns. Okay, Freunde. Ich würde sagen, die 4-4-2 läuft gerade nicht gut. Aber wir haben ja noch eine zweite, die man spielen kann. Und zwar ist das die 4-2-3-1. Ich hoffe vielleicht, dass wir jetzt hier irgendwie noch ein bisschen mehr Offense-Power reinballern. Und dann, äh, ja, geht's weiter. Mal gucken. Aber starker Gegner bisher auf jeden Fall. Oh, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Und jetzt ist Cristiano Ronaldo da. Und das ist Cristiano Ronaldo. Nutzt den Fehler aus. Und ja, keine Ahnung, ob wir ihn verkaufen sollten. Es ist halt ein Ronaldo. Und der Fehler wurde ausgenutzt. 1-0. Den kriegt er auch. Auf Messi. Und jetzt Antoine Griezmann. Pam, auf Messi. Oh, kriegt er noch. Kriegt er noch. Und Kutva geht nicht zum Ball. Da stimmt die Absprache nicht, Freunde. Was labert der, Junge? Mit Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo faul. Und das gibt der Elfmeter. Und den haben wir gewollt. Drag-Back angesetzt. Kondogbia. Den er als Champions-League-Karte hätte. Ey, den hätte ich auch gerne, Mann. Äh, ja. Wollen wir natürlich jetzt... Ich weiß jetzt nicht, ob er es mit Absicht verballert hat. Aber gut. Vielleicht verschießen wir trotzdem. So, Messi. Macht aber das Tor. Lionel Messi, Jungs. Müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, war aber auch ein Elfmeter. Deswegen 2-0. Boah. Alter. Aber unsere Verteidigung steht gut. Ich muss mich hier echt konzentrieren. Weil... Das ist wirklich ein Sweat-Game. Boah, Varane ist so krank. Varane ist so krank. Und jetzt auch nach vorne. Zack. Lionel Messi. Lionel Messi. Gut, da wollten wir zu viel alleine machen. Wir hätten einfach rüberspielen können. Egal. Wir wechseln jetzt mal aus. Bring Dries und Lucas rein für die Baller. So, zack. Lucas. Mal die Flanke reinschlagen. Die sind immer gefährlich. Die sind immer gefährlich. Und da ist dann einfach der Cristiano Ronaldo. Und eigentlich darf man den nicht verkaufen. Mit Messi und Lucas ist durch. Machen wir mal den Time-Finish. Und der Time-Finish hat erst geklappt. Aber gegen Pfosten. Und dann macht Lucas sein allererstes Tor, Jungs. So. Jetzt haben wir natürlich... Ja, jetzt haben wir ihn natürlich komplett. So. Vielleicht kriegen wir noch ein Tor hin. Mertens. Messi. Messi. Ja. Lionel Messi. Der Typ ist einfach zu krank mit seinen Finesse-Schüssen. Nein. Okay. Der schiebt sich der 5-D-A. Wir gewinnen tatsächlich noch 5-0 gegen einen richtig guten Gegner. Aber am Ende ist er halt eingebrochen. Und das war halt dann auch der Vorteil. Weil wir die Formation gewechselt haben. Ich würde doch jetzt, glaube ich, das... Also die 4-2-3-1 als meine feste Formation nehmen. Die ist einfach... Das ist mal viel kompakter. Und ja, ihr seht es von den Schüssen her, war es auch verdient. Messi hat ein Tor gemacht. Ronaldo hat seine 2 Tore gemacht. Also der wird auf jeden Fall nicht verkauft werden. Aber haut trotzdem gerne mal Squad-Verbesserung rein. Und ja, wir haben jetzt Division Rivals alle Spiele gewonnen. Mal gucken, für was wir jetzt hier... Ja, was wir jetzt bekommen haben. Für einen Skillwert. Deine Spielbilanz. Sieg, 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 Sieg. Seht ihr hier. Und wir sind in Liga 4. Okay. Ich glaube, das ist dann irgendwie ganz normal, oder? Schreibt auch gerne mal rein, welchen Rang ihr bisher habt. Ja, war erfolgreich hier heute. Und ich würde sagen, das war es dann. Lasst ein Like da. Für mehr aktiviert hier gerne die Glocke. Lasst ein kostenloses Abo da. Und checkt auch gerne MMOG ab für günstige PSN-Cuts und Xbox-Live-Cuts. Und dann bin ich raus. Eure Squad-Vorschläge mal in die Beschreibung wahrscheinlich. In die Kommentare. Und jetzt macht's gut. Haut rein. Und ciao.